Herzlichen Dank, dass Sie so zahlreich erschienen sind, trotz der widrigen klimatischen Bedingungen da draußen und trotz Montag. Und bitte vergessen Sie auf gar keinen Fall, Ihre Mobiltelefone nach der Veranstaltung wieder anzuschalten. Denn die Erzeugung von schönen Tönen, die bleibt jetzt die nächste Stunde uns überlassen. Und zwar genau genommen einem Mann, Sie werden ihn wahrscheinlich alle kennen, er ist bayerischer Liedermacher, Musikkabarettist und gnadenloser Optimist. Und vor allem ist er heute für uns die kleinste Wiesenband der Welt. Bitte begrüßen Sie ganz besonders herzlich, wir freuen uns sehr, dass er da ist und für uns heute musiziert, Roland Hefter!